Jo, sind wir wieder bei DrCog64. Beim letzten Mal haben wir hier weiterhin im Kerker oder wo auch immer wir sind, fleißig Bananen gesammelt. Wir haben jetzt Lanky schon mal komplett fertig. Tiny fehlt, glaube ich, nur noch ihre Blaupause. Und, boah, haben wir nochmal eine schöne Geisterbahn gesehen. Wenn ich nicht so der Typ für Geisterbahn bin. Und allgemein alles, was mit Horror zu tun hat. Ich habe mir sowas sogar relativ gerne noch angeschaut. Heutzutage eher so, nee. Oh, Münzen. Nehme ich. Was haben wir hier so drin? Ein Minispiel, okay. Nehmen wir gleich. Wird ja kein schlechtes, bitte kein Schlimmes. Bitte kein Schlimmes. Bananas. Ja, schon eine ganze Menge Bananen. Dafür, dass er keine große Bananen hat. Jo, 15 Bananen ja nur noch. Na gut. Moment. Kann man auch. Moment. Ups. Weißt du, hast du was gebracht? Irgendwie nicht, ich habe nur das Grab verdichtet. Oder der ein Sakrophag. Na gut. Das schon wieder hat mir das nicht eben. Er ist im letzten Paar. Also die letzte Paar. Auf jeden Fall schon mal hier. Huch. Oh. Wie immer. Ich will den Torn noch erwischt haben. was Ich bin doch gerade auch gesehen, oder nicht? Der ist doch voll bei der Melode ausgewichen. Äh, da. Äh, da. Oh, yes! Auf die letzte Sekunde noch. Geil. Jo. Wo machen wir, wenn man den Sarg zerstören könnte? Aber gut, wo geht's hier raus? Da geht's raus. Wobei, ich guck mal kurz, ob die diese Seite auch noch offen ist, weil da war auch noch ein Sarg. Vielleicht hätte ich dich auch zerstören. Nee, das ist so. Oder? Ist so. Egal. So, dann sind wir in diesem Bereich hier unten jetzt fertig. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nichts übersehen haben. Ansonsten muss ich hier nochmal zurückkommen. Ich guck mal weg. So, hier oben war nur für Lanky und Tiny das. Ich schau nur nochmal, ob hier unten wirklich nichts. Jetzt weiß ich nicht, dass ich hier wieder einen Ballon übersehen habe. Ja, sag ich doch. Einen Tiny Ballon, okay. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. Und das könnten auch ihre letzten Bananen sein, glaube ich. Da war er. Ja, letzten Bananen. Tiny ist fertig. So, dann weiß ich es auf jeden Fall schon mal, wo ich hin möchte und wechsel erstmal zum großen Affen. Eigentlich ist Chucky der große Affen, oder? Chucky größer als Donkey Kong? Vielleicht. So. Dann raus hier. Ach, hier waren wir. Na gut, ein paar Münzen verteidigen hier. Die kann ich jetzt eigentlich auch verzichten. Nicht, dass ich irgendwo nochmal Münzen bräuchte oder so. Waren quasi im Friedhof. Oder in einer Grabkammer vielleicht auch. So. Dann einmal wieder zurück zu dem großen bösen Baum. Ja gut. Das Ding ist schneller rein als ich erwarten hätte. Aber ich glaube hier rum ist eh schneller. Bin ich ja schon wieder fast da. Von daher. Hat sich Jogo gelohnt die Abkürzung. In Anführungsstrichen. So. Mal noch mal schauen. Autsch. Lass mich doch. Ich fühl doch nur hier in Ruhe meinen Schalter abschießen. Hey, ich hab ihn erwischt. So. Und jetzt mach ich noch ein bisschen Musik für die dummen Flettermäuser. So. Also es gibt mal eure Melonen. Hier war nur seine. Blaupause. Uh. Das hat Koksnüsse. Ja. Kann ich wieder gebrauchen. Kann ich eigentlich immer gebrauchen. Spätestens nachdem ich die benutzt habe. So. Wo waren jetzt diese Plattformen? Tja. Okay. Okay. Das ist so nervig, ne? So. Da hält er an. War's da schon? Ah ne. Das Wasserlevel steigt dann einfach nur. Okay. Ich muss hier gar nicht nur so nah ran zoomen. Okay. Da ungefähr. Okay. Ist eigentlich physikalisch nicht möglich, weil das Wasser jetzt direkt da wieder ablaufen müsste. Aber gut. Wir sind in einer Welt von Affen. So. Dahin. Okay. Ich glaube ich habe meine Banane erreicht. Sehr schön. Komm. Komm. Du willst. Ähm. Okay. Danke. Komm. Ist auch fertig. Nice. So war jetzt der Ausgang. Da. Knarzt. Wer braucht jetzt eigentlich noch? Du bist fertig. Du brauchst noch 20 Bananen und eine große. Du bist fertig. Du brauchst eine Blaupause noch. Du brauchst mehr ist genug. Okay. Wobei ich noch mal kurz zu Chunky wechsel möchte um zu gucken was da jetzt für ihn noch mal drin war. Das weiß ich nicht mehr. So. Und hops. No. Äh. 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 Immer wieder witzig. Mein lieber Chunky. Okay. So. Was hatten wir denn für dich jetzt hier drin? War das das wo du auch weit schießen musstest? Ja. War auch Fehler für Minispiel. Oh. Junkie. Du und deine Minispieler. Punkt. Ich fliege echt weit jetzt mittlerweile muss ich sagen. Ich lass mich hier angreift oder so. Nicht? Okay. Dann. Ab mit meinem Minispiel und bitte sei nichts Schlimmes. Willkommen zum Bonus Day. Muss ich da noch irgendwelche Worte zu verlieren? Muss ich da echt noch irgendwelche Worte zu verlieren? Weiß er das Minispiel gibt es nicht einmal. Es gibt es nicht zweimal. Es gibt es gleich dreimal. Drei verdammte Mal. Mit Sachen zweimal in der gleichen Welt. Seriously. Spiel bitte. Bitte sei nichts Schlimmes. Oh. Lieber Butze, Mann. Oh. 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 Wut? 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 Hä? Wut? Wut? Wieso? Wie? Habe ich gerade lieber Wurzelmann auf Adib geschafft? Und zwar auch wieder mal das, wo man 15 in 60 Sekunden... Okay. 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 Mehr Worte habe ich dafür gar nicht, als einfach nur okay. Na gut, beim letzten Satz dafür eine halbe Stunde lang. Also entweder waren die jetzt einfach mal netter zu mir, oder ich kenne das Spiel mittlerweile. Ich würde darauf vermuten, die waren einfach netter zu mir. Okay. Ich will nicht beckern. Ich bin glücklich. Moment. Bevor ich da in Ruhe nach unten gucken möchte. Ist wahrscheinlich eh nichts, aber... Na gut, nur halt Weg, wo ich schon vorher war. Muss jetzt halt Wege finden, ne? Verdammt. Ähm. Ich habe es immer wieder drauf, genau zwischen den ganzen Dingern zu landen, ne? Naja. Also man hat gerade so die Taktik gesehen, mit der ich es auch beim letzten Mal versucht hatte. Einfach in meinem Kreis laufen und versuchen sie irgendwie ganz nah ans Loch zu locken. Das hat gut funktioniert. Ich spreche aus Erfahrung. So, wo war jetzt nochmal die zwei? Ich glaube hier, wo ich runtergefallen bin, ne? Joa. So muss man alles nochmal quasi hochlaufen und schauen, wo wir noch was finden. Ich würde ja schon fast vermuten, dass weitere Sachen für Chunky... Äh, die für Chunky... für Didi, die Bananen, die da noch fehlen. Irgendwo... Joa. Irgendwo hier in der Luft sind und ich die beim Fliegen finden muss. Geh weg. So, hier war das Museum. War das nicht das, wo ich nichts gefunden hatte? Oder? So, da wo ich, wo ich reingehabe und dachte mir, hey... Das ist ja gar nichts. Ich schau nochmal. Vielleicht habe ich mittlerweile ja mehr gelernt. So, da waren die Tiny Sachen. Genau. Will ich die Gegner da drauf locken? Nee, kann ich nicht. Hm. Hm. Das ist die große Frage. Was kann ich hier machen? Das sind Schilder. Die Schilder sind doch unglaublich merkwürdig aus. Moment. Schaden? ... Die jungen Code... ... Nee, tut das nicht... ... Then trial and error? Oh, das sind ja keine Schilde. Da sind Schalter. Jetzt, wenn ich sie von der Seite anschaue... ach guck mal und da habe ich meinen stein hoch aus dem stand plötzlich diesen weitsprung gemacht und übernahmen gesehen und die sind wieder da weg was warum eben konnte mich darauf gar nicht erwischen 2 der einzige der mich darauf erwischen konnte noch so die mir meine bananen so zwei reguläre bananen nur noch kann ich bald anfangen bei snide alle blaupausen abzugeben das ist nicht durch will nichts von dir die will noch zehn bananen ist alles ist alles 20 bananen und blau pause braucht auch nur noch tiny zehn bananen für junkie 20 für die die eine blau pause für die zwei großen bananen noch ok dann suchen wir weiter da ist in sachen nichts drin ich habe schon einen abgrund gefallen wenn ich direkt weiter gesprungen wäre habe ich das mit den kerzen gemacht na komm ich gucke noch mal rein und schau mal ob ich dann noch mal für vielleicht für junkie was finde man weiß ja nie was man hier noch alles findet wenn man den richtigen weg geht das ist ja nur das für tiny noch schau mal ein bisschen weiter rum hier das ist ja oben auf dem kronleuchter noch was drauf oder so nein auf dem kronleuchter noch kein ballon in der luft oder so na gut dann wird hier wohl auch nichts mehr sein dann suchen wir woanders weiter vermute man auch dass die ganzen letzten bananen von die die irgendwo draußen in der luft sind und nicht rumfliegen muss um die zu finden hoch hi lass mich hier weg na dann weiter hoch die fug das sah seltsam aus ich bin jetzt klar na gut kommen wir gerade hier sind kann ich auch hier noch mal reingucken einfach hier nicht das verließe könnte ich da noch was machen weiter oben ging es zum verließe ist doch hier ist ja noch weg wird kann schon wieder umdrehen das verließe einfach überall noch mal reinschauen hier ist noch mal ein tauschfass da gibt es nur noch raus da war ein mini spiel für tiny also so manche sachen kann ich nicht doch gut erinnern wo was war aber dann wir umlaufe ich hier rum und denke hey war ich hier verfehlt hier irgendwo doch eine blau pause hier war da mal dessen name ich vergessen habe candy okay also hier ist überall nichts das bleibt nur noch hier drin war hier noch was mit die die mit irgendwie haben wir schon alles da ist noch und die die fällt und frage das hatte ich das schon ah ja doch stimmt hatte ich auch nicht erreicht weil dass ich gleich wieder weg dreht ah über die also ich darf einfach nur den boden nicht berühren oder wie dann ist alles okay das spiel ist echt ein bisschen böse aber gut das war zeit für den typen noch okay dafür noch die eine junkie banane und die blau pause für tiny hier ist noch keine anderen bananen naja gut dass ich hier noch mal reingeschaut habe kann man die jungen account die einmal überhaupt drauf stehen kann man aber nein einmal kann man nicht kaputt machen ich habe sie bei ihnen herausgefunden da ist auch nichts weiter okidoki hätten wir schon mal die die unten drin fertig dann ab nach draußen und direkt schon mal wieder auf junkie wechseln ich habe immer noch eine banane für junkie übersehen ich hätte mir jetzt spontan einfallen würde leider naja müssen wir halt im nächsten part noch mal ein bisschen suchen überlegt gerade was hier noch an gebieten offen stehen würde ich kann mich nach ganz oben noch mal porten und gucken oder die bücherei wäre noch offen naja im nächsten part dann danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao